Mach Spucke. Ich bin Adam auf den Kopf. Oh, Kurma! Wird hier sowas gemacht? Was ist das so? Fusch an allen Ecken und Enden. Also wirklich. Was ist hier los? Das soll irgendwie verdeckt sein. Adam, was sagst du denn dazu, dass das da so offen rumsteht? Was? Das, was du gerade entdeckt hast. Das ist aber vorläufig. Das geht gar nicht, oder? Das kommt aber, das wird nur versteckt, das ist nur vorläufig. Sehr gut. Das kommt weg. Das ist für die Socken. Oli, wie schmeckt der Salat? Guten Appetit, Entschuldigung. Kann man's essen? Die Gier treibt's neu. Ne, der Hunger treibt's neu. Und der Geiz lässt drinnen. Die Gier treibt's nur und der Geiz verhält's drinnen. Die Gier treibt's nur und der Geiz. Die Gier treibt's nur und der Geiz verhält's drinnen. Die Gier treibt's nur und der Geiz verhält's drinnen. Das geht durch. Ähm... Kleiner Adam, was haben, was machen wir da gerade? Was sehen wir jetzt? Tu es, dad, ich stüte da. Aber du hast mich, ich wüsste hier so was. Aber nicht, aber jetzt. Aber jetzt. Ich bin sprachlos von Arbeitswut. Aber das ist der Rundtisch, gut war. Okay, ich gehe jetzt einrauchen. Ja.